So Leute, wir sind angekommen in Marmaris, also wir sind heute, also heute ist ja der letzte Abend hier und wir sind diesmal nicht nach Turuncini Stadt gefahren, sondern nach Marmaris und zwar sind wir hier da wieder am Yachthafen, also am Marinar und Leute, das ist hier einfach eine komplett andere Stadt, ein ganz anderer Stadtteil abends, also wirklich, man sagt ja so wie Tag und Nacht, das ist hier wirklich wie Tag und Nacht, tagsüber, Leute, wir waren fast die einzigen am Marinar und jetzt, ich zeige euch das mal gleich, es ist hier einfach eine komplette Partymeile, es ist so laut, ich merke einfach, dass ich viel zu alt dafür bin, das ist einfach so, also überhaupt gar nicht meins gefällt mir, überhaupt nicht generell Marmaris, also abends, die Innenstadt gefällt mir einfach gar nicht, muss ich sagen, also bleibt mich jetzt nicht dafür, jeder ist da ja anders, aber wie gesagt, mir gefällt es hier abends überhaupt nicht, es ist mir viel zu laut, zu viel Party, Leute, wenn das hier so laut ist, ne, wie laut ist das drüben im Klo? Ich frage mich, ich sage auch die ganze Zeit so, es gibt sowas wie Nachtruhe in der Türkei nicht, also Oh, stellt euch mal vor, ihr habt ein Hotel einfach hier am Marinar, Katastrophe Dann da hinten geht es noch weiter Und das sind die, die da hinten so laut sind Oh,總 Und das sind die, die da hinten so läuft, oder? Oh, also Oh, 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 oh Ich frage mich, ich